Genießen Sie die familiäre und gemütliche Atmosphäre im Gästehaus Landenberger. Ein Haus zum Wohlfühlen mit einem idyllischen Garten und individuellen, ganz besonderen Einzel- und Doppelzimmern mit Aussicht. Bei uns sind Kinder gern gesehen und wir haben immer tolle Ideen. Jeder Gast wird von uns ganz persönlich betreut. Den guten Starten, den neuen Tag können Sie mit einem leckeren, reichhaltigen Frühstück einfach dazu buchen. Gästehaus Landenberger – nicht zu Hause und doch daheim.